Willkommen beim DOC-Festival! 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 Mein Name ist Barbara Off. Ich bin die Projektleiterin von DOC-Network Africa, dem Afrika-Fokus des DOC-Fest München. Willkommen beim DOC-Festival? In meinem Film-Tipp Mama-Colonel von DOC-Amadi geht es um eine kongolesische Polizistin, die im Osten von Kongo eine besondere Polizeieinheit zum Schutz von Frauen und Kindern führt. Eine sehr engagierte, sehr mutige und sehr taffe Frau, die sich eben für die Rechte der Frauen und den Kindern einsetzt. Und da über ihre Befugnisse hinaus eigentlich nicht nur zum Schutz, sondern auch zur Integration der Frauen in der Gemeinschaft sich bemut. Und das fand ich wirklich sehr bewegend und steht halt für mich auch dafür, dass es nicht nur schlechte Nachrichten aus dem Kongo kommen, der eigentlich für alles fürchterliche auf dem afrikanischen Kontinent steht, sei es Krieg, Gewalt, ein dysfunktionaler Staat. Und so finde ich, hat der Film es echt geschafft, oder der Filmemacher, ein positives Bild von einer Gesellschaft zu zeichnen, die sich im Umbruch befindet und die nicht darauf wartet, dass ihr geholfen wird, und sich die Leute einfach selber engagieren und ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das ist echt mal ein positiver und hoffnungsvoller Film aus der Mitte des afrikanischen Kontinents. Der Film sollte eigentlich jeder gesehen haben, aber er wird am Afrikatag gezeigt werden, am 12. Mai, wo es dann danach auch noch eine Diskussion gibt, eben zu vielen Frauenbildern in den afrikanischen Gesellschaften. Und Leute, die sich eben für Afrika interessieren und vielleicht auch mal ihr Bild von Afrika überdenken wollen, die sind da an der richtigen Stelle und sollten da auf jeden Fall vorbeikommen. Der Filmemacher wird auch da sein am 12. Mai und ich glaube, das gibt eine ganz spannende Projektion und Diskussion im Anschluss daran.